Der 12. Dezember 2015 steht im Zeichen des guten Zwecks. Größer, länger und sehr live. Euch erwartet ein epischer 12 Stunden Livestream. Gaming, Spaß, Kompetenz und das alles für den guten Zweck. Pete's Meat, Gronk, Mr. Morgame, Fischkorb, Pandoria und Funkroyal. Sammeln zusammen, gibt vielleicht in einem Studio 12 Stunden lang Spenden für Gaming Aid. Und der Haider muss es moderieren. Sehr gut. Friendly Fire, der große Spendenstream am 12.12.2015. Live ab 15 Uhr auf twitch.tv. Vielen Dank.